Ja, du hast hoffentlich dein Referat auch vorbereitet, Mario. Das habe ich nie gemacht. Über die Relevanz von Mikrorissen für die strukturelle Integrität eines Raumschiffs beim FTL-Sprung. Klingt wie eine Diplomarbeit. Ja. Ja. Ja, hallo, hallo, hier Battlestar bei Galapica. Was ist denn mit dem Host los? Hallo beim Zulonsender. Hier sind wir wieder, da sind wir wieder. Wir haben gerade noch ein bisschen gegoogelt. Gut, 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 gut. Ich mach das nächste Mal ein längeres Intro, weißt du? Wir haben gerade noch schnell die Battlestar Galapica Episodenliste gegoogelt, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich den Titel auf Deutsch gar nicht weiß. Ja, jetzt weiß ich auch. Du hättest auch einfach fragen können. Aber dann hätte ich ja dumm dagestanden. Ne, du hättest ja einfach sagen können. Und der Titel auf Deutsch ist... Und dann hoffen. Machen wir erst mal die Begrüßung. Hallo Mario. Hi. Hallo Phil. Hallo. Hallo Jan wieder zuletzt jetzt, so. Ja, aber nur, weil Ben nicht kann. Ja. Moin. Moin. Hi Tim. Tag. Tag. Alles klar? Alles gut. Alles gut. Hoffen wir's. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Ja, wir wollen heute wieder eine Battlestar-Folge besprechen. Wer hätte es gedacht? Und ich würde sagen, wir nehmen doch einfach die nächste. Nein. Ja, finde ich jetzt also ein bisschen... Bisschen konservativ. Ja, aber meine Güte, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Machen wir halt. Oder wir machen es spannender und machen die übernächste. Tada. Ja. Ja. So spontan bin ich nicht. Oh. Ja. Na gut. Ist das jetzt die erste Folge, wo eigentlich der neue Vorspann ist? Zumindest war ja ein neuer Vorspann. Da wäre ich jetzt gleich drauf eingegangen, ja. Also ob das die erste ist. Also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall anders als bei der letzten Folge gewesen. Ja, mir ist es nicht zum ersten Mal aufgefallen. Und der war anders genug auf jeden Fall, dass es mir aufgefallen ist. Weil ich achte ja eigentlich nicht auf den Vorspann. Ja, es ist... Äh, mir ist es natürlich auch aufgefallen. Gut. Ich hab zuerst vorgespult, dann wieder zurückgespult. Ich hab auch ausgemacht, äh, weil ich dachte, hab ich jetzt irgendwie die erste Folge versehentlich gestartet, der ersten Episode in Pilotfilm. Weil der Sorge... Ja, ich dachte kurz, ach, besprechen wir jetzt schon diesen, diesen Film, der da irgendwann handlungsmäßig reinpasst. Und ich hab nicht so richtig aufgepasst. Ja, also irgendwie hat es uns alle ge... Wir, es haben alle bemerkt, dass da irgendwas seltsam ist. Was genau seltsam war, erklären wir gleich. Doch jetzt erst noch kurz die Facts. Die Folgen-Facts. Jetzt bräuchten wir so einen Einspieler. Immer wenn die Folgen-Facts kommen, haben wir aber nicht. Und was denn? Schreibmaschinen-Geräusche. Ähm, zum Beispiel... Um so weiter hier ganz, ganz traditionell zu bleiben. Wie... Schreibmaschine, ja. Wie wär's damit? Wie alt bist du? Wie waren damals Schreibmaschinen? Ich nehm... Also wir haben noch eine Alte im Büro irgendwo. Die hab ich, glaub ich, dreimal in den letzten zehn Jahren benutzt. Aber so klein die nicht. Eine Adler-Schreibmaschine. Da muss sie kaputt sein. Ja, wahrscheinlich. Denn normalerweise zieht man sich eine Sonnenbrille auf und dann geht man los auf der Schreibmaschine. Dann reitet man auf der Schreibmaschine in den Sonnenuntergang. Naja, siehst du, das, was wie ein Banjo klingt, das ist die Löschentaste. Was kommt denn jetzt? Fakten, Fakten, Fakten. Das verlorene Paradies heißt die Folge nämlich auf Deutsch. Das wusste ich nämlich. Und auf Englisch heißt sie, Jan? No Exit. Verdammt, du wusstest es. Soll ich dich voll auflaufen lassen. Ja, ich hab nämlich schon vor der Folge die Seite aufgerufen. Okay. Die Erstausstrahlung in den USA war am 13. Februar 2009 und die deutschsprachige Erstausstrahlung am 13. Oktober 2009. Ich hab vergessen, wie viele Überlebende wir haben. Das müssten 39.556 sein, wenn ich das... Ja, 47 weniger als letztes Mal. Damit wissen wir auch, wie viele draufgegangen sind. Beim Aufstand. Beim Putsch. Zwei von denen sind Gator und... Zarek. Genau. Die beiden Geluftschleusen. War das jetzt eine dramatische Pause? Oder dachtest du, ein guter Zeitpunkt, um einen Schluck zu trinken? Getrunken. Ich hab das Nachtrinken mit einem Schluck Wassertränken kaschiert. Das wäre super, wenn man sich nicht sieht. Aber hast du es nicht gluck 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 gehört von der Flasche? Ich hab's gehört. Ähm... Was? Gwyneth Horder Payton hat Regie geführt. Hatten wir noch nie. Man merkt richtig, dass Tim sich bisher wirklich noch gar nicht vorbereitet hat. Weil es... Warum halt? Von wem wurde es dann geschrieben? Das ist ein böses Gerücht, denn Ryan Motteshart hat es geschrieben. Motteshart? Ja. Das ist seine erste Folge, glaube ich. Wollte ich auch gerade sagen. Ich hab gerade gesucht, ob der schon mal vorkam. Der kam noch nicht vor. Den Namen könntest du dich erinnern. Gwyneth Horder Payton kam auch noch nicht vor. Das ist sehr seltsam. Dass sie da jetzt nochmal ganz neue Leute einfügen. Aber, na gut, vielleicht ist das auch nicht seltsam. Und wir kennen nur nicht die Gründe. Vielleicht ist das auch ganz normal. Kam sie noch nicht vor? Nein, kam noch nicht vor. Er war immer Script Coordinator. Was auch immer Script Coordinator ist. Stimmt. Ach so. Er hatte schon eine Rolle in der Produktion, aber war noch nie Regisseur bisher. Er war aber in vielen Folgen. In fast allen, glaube ich sogar. Script Coordinator steht fast überall bei ihm. Okay. Bei wem jetzt? Bei dem Ryan Mottes Hart. Ja. Na gut. Müssten wir mal schauen, was das ist. Naja, darunter stelle ich mir halt vor, dass man... Ne, ich hab keine Ahnung, was man sich darunter versteht. Was macht ein Stoß? Man ruft die Autoren an und sagt denen, du machst das, du machst das, du machst das. Ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, das geht in Richtung Schauspieler. Aber deswegen hab ich dann gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Tja, wir wissen alle nicht, was es ist. Phil? Ja. Ich dachte, du wolltest ansetzen, was zu sagen. Ja, und dann hab ich mich doch anders entschieden. Ja, besprechen wir zuerst vielleicht mal das Intro. Denn das Intro hat sich stark geändert, wie wir eben schon gehört haben. Was hat sich denn geändert, Jan? Ja, jetzt wird eben die Erde gezeigt und gesagt, die äh... Es war alles schon mal anders und die... Ich bin es schlecht, das zusammen zu beschreiben. Auf jeden Fall weiß man halt, es gab da schon mal den Stamm auf der Erde und das waren... Die haben es auch abgekriegt. Kann das nicht jemand anderes machen? Ich erinnere mich gerade nur in Bildern und nicht in Worten. Ja, ich erinnere mich in Sound und das war auf jeden Fall vom Sound her anders, oder? Da gab es gar keine Musik am Anfang, glaube ich. Nicht so wie sonst zumindest, sondern es war sehr still. Uff, das ist möglich. Vielleicht reden wir hier auch gerade völlig unsinnig. Auf jeden Fall ist uns allen sofort aufgefallen, dass das Intro irgendwie anders ist. Und mir ist aufgefallen... Ja, aber so viel kann ich mit Bestimmtheit sagen. Aber es kam dann nämlich noch danach irgendwann das richtige Intro. Das kam auch in der Folge. Es kam nämlich zwei. Es kam erst das und dann kam ein bisschen Folgeninhalt und dann kam noch das Normale. Das ist ja crazy. Ja, das, was dann immer kommt, genau. Genau, genau. Und dieses neue Intro kam jetzt sozusagen ganz am Anfang, wenn normal diese Rückblicke kommen. Genau, 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 genau. Und da ist mir noch ein Skandal aufgefallen. Die haben geschrieben 50.000 Leute. Das ist ja falsch. Waren das am Anfang nicht 50.000 Leute? Ja. Die haben einfach den alten Wert genommen. Ja, bei der... Ja, aber das hat doch, das war doch richtig so, wie es da stand, dass irgendwie 50.000 Leute haben überlebt oder so stand da. Das stimmt. Ja, gut. Und das ist ja auch richtig. Bis jetzt nicht. Da haben sie ja auch gesagt. Die haben den nuklearen Holocaust, den Angriff überlebt und sich zu einer Flotte zusammengeschlossen. Also ich glaube, sie beziehen sich damit auf den Anfang der Serie. Ja, aber das kann man ja nicht wissen, wenn man sich nur in Tönen erinnert. Und deswegen habe ich nämlich... Weil man muss es da ja lesen. Stimmt, genau. Da hast du als visueller Erinnerer tatsächlich Vorteile. Aber da an der Stelle ist mir dann... Habe ich dann abgeschaltet und habe gedacht, gucke ich gerade den Pilotfilm. Okay. Hast du dann irgendwann nochmal angefangen? Ich habe dann nochmal angefangen und ich habe dann einfach den Pilotfilm weitergeguckt. Nein. Ich habe dann angefangen. Die Zusammenfassung macht... Will. Ja, ähm... Das Intro endet. Ja, mit dem Satz, dass elf Zölonen-Modelle aufgedeckt wurden und eines geopfert wurde. Und dann steigen wir direkt ein mit einem Flashback. Für die, die uns schon seit Lost-Zeiten zuhören, endlich mal wieder Flashback. Weil wir sehen, wie Alan auf Neukaprika von Saul vergiftet wird und dann auf so einem Wiederauferstehungsschiff, der Zölonen wieder aufwacht. Und dann verbringen wir den einen Teil dieser Episode damit, wie sich Alan mit Cavill auseinandersetzt und noch ein bisschen außenrum. Aber ich beschränke mich jetzt mal einfach so auf die Kernelemente. Und in dem anderen großen Handlungsstrang wird Anders, der ja letzte Episode während des Aufstands angeschossen wurde, diese Kugel, die in seinem Kopf steckt, hilft ihm anscheinend, sich auch an ganz viele Dinge zu erinnern. Und dann erfahren wir die ganze Zeit, so im Wechsel, im Sprung von Anders zu Alan, genug Informationen über die Vergangenheit der Zölonen, um damit zwei ganze Staffeln zu füllen. Was dann irgendwann noch passieren wird. Was dann vielleicht irgendwann noch passieren wird oder auch nicht. Und das ist im Wesentlichen, also ja, das passiert diese Folge. Wir bekommen unglaublich viel Dinge über die Zölonen erzählt. Okay, ich dachte, du spielst auf die Zölonen-Serie an, die irgendwann nochmal gestartet wurde. Nein. Okay, danke. Dann machen wir jetzt wieder zwölfer Rat eine Abstimmung. Wir stimmen ab. Oder anders gesagt, wer fand welchen Handlungsstrang besser? Wer ist für eine Abstimmung? Ich. Wer fand welchen Handlungsstrang besser? Ja, jetzt erstmal abstimmen wir ab, ob wir abstimmen. Also ich bin dafür abzustimmen. Okay. Das war noch eine zweite Abstimmung. Ich spiel mir das Spiel mit. Ja. Ich bin auch kein Zölonen, ich regle doch so Dinge nicht durch Mehrheitsabstimmung. Wir sind der Zwölfer Rat. Wir sind doch nur durch Gewalt. Wir sind Menschen. Bitte nicht. Langsam verstehe ich, dass Tom Sarac die alle erschossen hat. Ich bin Sarac. Sparen Sie eh Ticket nach Frankfurt und Baseballschläge per Amazon dahin. Okay, haben wir jetzt abgestimmt, dass wir abstimmen? Ja. Gut. Ja, du willst ja auf irgendwas hinaus. Also lass mal machen. Okay. Wer fand den Plot um die Zölonen besser? Hä? Das war die ganze Zeit Zölonen. Also es gibt einen Plot in Flashbacks, wie du erzählt hast. Da geht es um die Zölonen und es gibt einen Plot. Um Ellen? Genau. Und es gibt einen Plot in der Flotte. Ja, der dreht sich aber auch um Zölonen. Gut. Ich nenne die eine Story Zölonen, die andere Flotte. Wer ist für Zölonen? Das ist ja viel leichter auseinanderzuhalten. Ich bin für Ellen. Ellen scheidet völlig aus. Zölonen oder Flotte? Also er ist für Zölonen. Zölonen. Ich bin auch für Zölonen. Zölonen. Noch jemand, noch jemand. Zölonen, Zölonen. Ich bitte vier, fünf, sechs. Und zum ersten. Also nur einer für Zölonen. Einer für Zölonen. Ich bin auch für Zölonen. Moment, zwei. Der Mario war auch für Zölonen. Ich bin auch für Zölonen. Drei für Zölonen. Ich bin auch für Zölonen. Ich finde Ellen einfach so kacke. Ich, ne. Jan ist für die Flotte. Verdammt. Ich bin für den alten Mann. Meine Güte. Habt ihr gesehen, wie schnell das neulich beim Zwölferrat ging, wie die abgestimmt hatten? Bevor oder nachdem die Marines rein sind? Bevor sie erschossen wurden. Da haben sie gesagt, wir möchten, dass sie gehen. Und dann ist Sarah gegangen und die Marines kamen rein. Nein, nein, nein. Wir wieder rufen diese Entscheidung. Eine Episode weiter vorne, als sie gegen Apollo gestimmt hatten. Aha. Das müssen wir noch üben. Auf was möchtest du denn hinaus? Ich bin gerade ein bisschen. Ich wollte mal durchspielen, ob wir hier genauso gut wie der Zwölferrat beschlussfähig sind. Ja, schnell ist ja nicht zwingend gut. Aber beschlussfähig. Oh, wir hätten so viel, wir würden uns so viel streiten, wenn wir in irgendetwas zusammensitzen würden. Sind wir überhaupt beschlussfähig? Beschlussfähig. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Wer ist eigentlich Schriftführer? Wer ist anwesend? Top 1. Wir brauchen keinen Schriftführer, weil wir haben einen Audio-Mitschnitt. Ah. Also bist du hier Schriftführer. Ich schreibe das trotzdem alles in Steno mit. Ach so. Aber ich finde das nicht fair. Der Bell ist nicht dabei. Nein, das sehe ich nicht ein. Wir verschieben das, wir vertagen das. War es doch völlig egal, 3 zu 1 oder 3 zu 2. Mehrheit ist Mehrheit. Genau. Und wenn ich dabei ist, dann kann ich abstimmen. Genau. So, jetzt ist 3 zu 1. Nur weil er diese Arbeit machen muss, um seine Miete zu... Nein, der zahlt ja keine Miete. Um seine... Ach. Um sein Leben zu finanzieren. Grüße an Ben. Dann haben wir jetzt abgestimmt. Anzeige geht raus. 3 finden den Zulonen-Plot besser. Deswegen machen wir dann jetzt zuerst den Flotten-Plot. Ach so. Darauf wolltest du hinaus. Darauf ging es dir. Aber weißt du was? Dann sage ich jetzt mal ganz kurz. Es gibt noch einen dritten Handlungsstrang nebenbei, den ich vorhin nicht erwähnt habe. Ja, jetzt kommt die FDP wieder. Indem nämlich Adama den Chief wieder zum Chief macht. Ja, das ist doch der Flotten-Plot. Wie ist das der Flotten-Plot? Habt ihr da... Okay, dann haben wir von unterschiedlichen Dingen geredet. Was ist denn der Flotten-Plot? Alles, was in der Flotte steht. Das ist doch thematisch. Das sind doch völlig unterschiedliche Dinge. Aber die gleiche Zeitlinie. Oh. Ja, okay. Dann fangen wir an. Weißt du, erst eine Wahl abhalten und danach sagen, was man eigentlich meinte. Tim ist echt ein professioneller Politiker. Ja, in Bayern könntest du es weit bringen. Womit fangen wir denn jetzt an? Ja, keine Ahnung. Sag doch mal konkret. Dem Flotten-Plot. Ich habe gerade Anführungsstriche in die Luft gemacht. Ja, dann fangen wir an. Komm, dann fangen wir mit dem Mann... ...Schiff. Okay, dem Mann mit dem kaputten Schiff. Nee, wir fangen an mit dem kaputten Schiff. Ja, dem Mann mit dem kaputten Schiff. Denn auf der Galaktika braucht Admiral Adama keinen Tyrrell mehr, sondern einen Chief. Wie er selbst sagt. Nee, er sagt, er hat einen Galen, aber er braucht einen Chief. Oder er hat einen Tyrrell, aber er braucht einen Chief. Und so wird der Ex-Chief wieder zum Ex-Ex-Chief, nämlich dem Chief. Weil der Ex-Chief getötet wurde. Wer war denn der Nachfolger des Chiefs? Der vor der Pegasus. Ah, stimmt. Der gehört zu den 47 erschossenen Leuten. Ja. 47 übrigens... Dieser zwangsverpflichtete Zivilist, der gar nicht so unsympathisch war, oder? Nee. Genau. Er hat gute Witze erzählt. Mein netter Mann. Dann konnte er lachen mit ihm. 47 ist übrigens eine magische Zahl im Star Trek-Universum. Aha. Die kommt immer wieder mal vor, so als Running Gag. Das sind immer, wenn es um irgendwelche Dinge geht, sind das 47. War das prägend für deinen Humor, dieser Running Gag? Mit meinem Humor ist alles okay. Viel. Ja, aber warum braucht ihr den Chief? Weil der Chief eben ja in der letzten Folge entdeckt hat, dass die alte Dame, also die Galactica, einige Risse in der Hülle hat und die ziehen sich deutlich weiter als bisher gedacht. Nämlich so quasi einmal quer durch das Schiff. Und er verklickert Adama, dass das alte Mädel wohl nicht ganz so sauber zusammengebaut wurde, wie es wohl heißt. A, sie arm und B, sind da die verarbeiteten Nieten und so weiter, auch nicht erste Wahl. Und dann meinte er, you wanna tell me they cut corners? Yep, yep. I wanna tell you that. Dann hätten wir wieder die cut corners vom Papier hinweg. Genau. Ja, wer es schon bei Büchern macht, dem macht es auch bei Raumschiff-Nieten. Genau. Wer Bücher verbrennt, der verbrennt am Ende auch Raumschiffe. Wobei ich mich halt frage, in der ersten Folge machen sie ja diesen FTL-Sprung und so weiter. Und dann, da ist das ja alles noch etwas sehr Besonderes. Mhm. Und mittlerweile sind die Schiffe ja, ich schätze mal überdurchschnittlich viel für ihre eigentliche Lebensdauer und so weiter gesprungen. Und wenn ich mich nicht täusche, reden die eben auch, dass FTL-Sprünge womöglich ziemlich an der Hülle zerren. Das ist eine Belastung für das Schiff. Genau, genau. Die Hülle belasten. Ja, und es einfach auf Kobol fallen, auf Neukaprika fallen lassen auch. Aber cineastisch hat sich das allemal gelohnt. Das ist immer noch mein Lieblingsanblick der gesamten Serie. Ja, aber der Chief erwähnt auch das extra. Wir haben es auf eine Atmosphäre fallen, oder auf die Atmosphäre prallen lassen. Ich meine, er hat ja auch den ein oder anderen Nuklearschlag abgekriegt. Ja. Also ist schon okay, wenn man gebraucht hat. Also der ein oder andere Werftaufenthalt zwischendurch hätte nicht geschadet. Genau, und das Schiff sollte ja auch eigentlich außer Dienst gestellt werden in der ersten Folge. Das kommt noch dazu. War ja auch da schon am Ende eigentlich. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jahre alt. Ja, aber ich glaube da, also da war ja eher der Punkt, dass sie halt veraltet ist. Ja, genau, deswegen konnte sie ja auch überleben, weil sie ja einzelnes System hat. Aber sie hat ja schon im Prinzip noch funktioniert. Sie sollte ja nicht außer Dienst gestellt werden, weil nichts mehr funktioniert, sondern weil es alles nicht mehr up to date ist. Ja klar, aber wenn das Schiff schon 50 Jahre alt war, oder was sie da gesagt haben, dann ist natürlich auch die Struktur irgendwie schon nicht mehr das Neueste. Ja, 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 schon richtig. Adama macht dann den Chief wieder zum Chief, habe ich schon gesagt. Der Chief akzeptiert und stellt dann aber erstmal die Bedingung, also das ist eigentlich keine Bedingung, sagt, er braucht Zölonen, die helfen. Und, ach nein, Adama sagt, keine Zölonen. Und der Chief sagt dann, aber lass uns doch hier so ein bisschen organische Masse einschmieren. Ja, nee, das kommt ja auch erst später, weil der Adama sagt ja, keine Zölonen und dann fährt die Kamera erstmal weg und die beiden, weil der Chief findet das nicht ganz so geil, dass er diese Order bekommt. Und dann fährt die Kamera erstmal weg und dann springt sie auch woanders hin. Und erst später muss der Chief halt offenbaren, dass mit menschlichen Reparaturmethoden die Galaktika wahrscheinlich nicht zu retten ist. Weil er ja noch tiefer gehende Schäden entdeckt. Diese Mikrofisse. Genau, hier ist ein bisschen was kaputt, aber kriegen wir schon hin. Und dann eröffnet er ja Adama so hier die Galaktika, die ist bis ins, also die, die ist am Sterben, sagt er im Prinzip so. Die Morsche Knoten. Macht es nicht mehr lang. Er macht quasi das Schwarzlicht an und sieht überall weiße Flecken, es sieht aus wie ein Amsterdamer-Puff. Es waren rote Flecken. Ja, genau. Und sagt dann eben im Prinzip zu Adama. Es waren wie lange Flecken. Wenn du sie, wenn du sie retten willst, haben wir da auf dem Basis-Stern so Alien-Goo. Wenn wir das hier überall drauf schmieren, dann, dann wächst das hier rein und dann funktioniert das wieder. Und Adama sagt, pfui, auf gar keinen Fall. Zumindest so lange. Bis er betrunken ist. Nein, zumindest so lange, bis er sieht, dass das auch in seiner Dusche passiert. Und dann, dann, oh Gott, wir müssen was tun. Das ist in meinem Quartier. Das ist in meinem Quartier. Das geht so nicht mehr weiter. Ja, dann kommen ja Zylontechniker an Bord und ich finde das auch geil. Also auch wir Six und achten und so weiter in Mechaniker-Overalls, der Zylonen aber perfekt frisiert und pinseln dann dieses T-ähnliche Zeug überall auf die Galactica-Stahl-Konstruktion. Aber ich hatte mir schon gedacht, als Adama sagt nein und geht, der überlegt sich jetzt bestimmt nochmal genauer und sagt dann hinterher doch ja. Das war schon so ein bisschen vorhersehbar. Ja, natürlich, weil er wird ja seine Galactica nicht einfach sterben lassen, wenn er sie retten kann. Und ist halt so in dem Konflikt wieder zwischen, mache ich jetzt so weiter wie bisher, was ja gerade schon zu so einem Putschversuch geführt hat, oder mache ich das wieder rückgängig? Ja, ja, weil sie sagen dann ja auch so, wenn dieses Zeugs da aufgetragen und eingewachsen ist, dann wird sie nicht mehr dieselbe sein, dann wird sie ein anderes Schiff sein. Das ist ja das, was jetzt schon seit mehreren Folgen die ganze Zeit passiert. Dass diese strikte Trennung zwischen Mensch und Zylonen aufgehoben wird. Genau, und dann wird es wirklich integrativ in dem Schiff sein. Vorher war es die Crew, die das Schiff bevölkert, wo jetzt hier ein Zylon ist, da ein Zylon. Und jetzt wird nochmal ganz plakativ gesagt, wenn ihr zusammenarbeitet, dann werdet ihr stärker. Mit Zylolenschleim. Mit Zylolenschleim werdet ihr stärker, ja. Das ist wie, wie heißt das Ding in Futurama? Dieser Drink, der eigentlich aus der Schnecke rauskommt. Slurmy Make-up. Achso, ja, irgendwas mit Slurm. Ja. Wo sie dann die Slurm-Fabrik besuchen und erkennen, wo das herkommt. Ja, wer weiß, wo dieser Goo hergestellt wird. Tief in den Innereien eines Basissterns. Das ist wahrscheinlich da, wo auch der Goo für diese Wiederauferstehungsdinger herkommt. Nee, das ist das Sammelbecken aus den alten Badewannen für die Schiffssteuerdrohnen. Hybriden, genau. Ja, und da schwimmen noch ein paar Hunde drin rum. Wieso Hunde? Ja. Das ist bei einer Sims-Folge für uns so ein DAF-Spezial. Dann testet einer und sagt, braucht mehr Hunde. Egal. Das war dann eigentlich schon der Strang Galactica ohne Zylonen, oder? Ja. Ja, aber es gibt ja noch Zylonen auf der Galactica neben dem Chief und den frisierten Technikerinnen vom Basisstern. Nämlich einen Anders, der in dieser Folge am Kopf operiert wird. Weil er hatte ja ganz heroisch eine Kugel in den Nacken abgefangen. Es war eher ein Unfall während der Schießerei. Und die soll rausgeholt werden, weil er natürlich ein bisschen gelähmt ist und so weiter. Und bei der Untersuchung stellt sich raus, dass eben ein Hämatom in seinem Kopf auf das Gehirn drückt und dementsprechend alle möglichen Entscheidungen hervorruft. Und Dr. Kotel möchte da ein bisschen Druck ablassen, indem er halt ein Loch in den Schädel des Samuel Anders bohrt. Und das machen die dann auch und schwuppdiwupp kann er sich plötzlich an alles mögliche erinnern aus seiner Zeit auf der Erde, bevor sie geflohen sind. Also bevor auf der Erde quasi die Apokalypse einherging und diese damalige Zylonenrasse, weil das wissen wir ja wohl, dass damals Zylonen dort gelebt haben, weil durch die Flashbacks, die der Chief auf der Erde hatte zum Beispiel oder auch selber, erinnert er sich eben, wer sie, also die Final Five, wer sie damals waren und was sie gemacht haben. Ich glaube, wir müssen das gleich mal aufdröseln, was der alles uns erzählt, weil ich habe das nicht alles richtig verstanden, was da jetzt der Fall ist. Ja, und das machen wir aber am besten einmal am Stück. Ja, können wir ja jetzt machen. De facto sagt er denen ja, sie waren alle Kollegen in einer Forschungseinrichtung. Die Thay und Ellen, oder meinst du? Ja, genau, genau. Thay und Ellen waren damals schon verheiratet, der Chief und … Und sie waren alle Zylonen, die mit Menschen zusammengelebt haben, oder? Nö, ich dachte, sie wären alle halt humanoide Zylonen. Also diese Dinger, die sie jetzt quasi schon sind … Ja, aber die wurden ja von Menschen erschaffen. Die Wiederauferstehungstechnologie wurde von Menschen erschaffen, oder? Also die … Von Kobol. Ich hatte das so verstanden, die Zylonen wurden von Menschen erschaffen und haben halt ihren eigenen Planeten gehabt und waren der 13. von den Stämmen. Ach so, ja, genau. So habe ich das verstanden. Genau, von Kobol wurden die. Nein, ja, aber das ist bis jetzt auf der Erde gewesen. Genau, aber dann habe ich jetzt viel verstanden, weil der 13. Stamm sind halt menschliche Zylonen. Halt die Skinjobs, die wir kennen, nur halt in fortgeschrittener Form. Und die hatten halt erst diese Auferstehungstechnologie, haben die dann aber einfach nicht mehr genutzt, weil sie gelernt haben, sich biologisch fortzupflanzen. Genau. Aber diese Final Five, die damals alles andere als Final waren, waren eben Wissenschaftler und haben daran gearbeitet, diese Wiederauferstehungstechnologie wiederzuentdecken oder wiederzuentwickeln. Und das ist denen quasi gelungen, kurz bevor es zur Apokalypse kam. Also ich habe verstanden, dass die Wiederauferstehungstechnologie von den Menschen kam, und zwar aus Kobol. Genau. Und die die den Zylonen auf der Erde gegeben haben. Genau. Ja, und die haben sie dann aber irgendwann, so wie Jan das gerade erzählt hatte, praktisch geriet die in Vergessenheit, weil die Zylonen sich auf biologischem Wege fortpflanzen konnten. Ach so, auf der Erde. Genau. Ja, weil da haben diese Zylonen, die der 13. Stamm von Kobol waren, gelebt. Okay. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe verstanden. Ach so. Nein, 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 das passt schon alles. Ich meine, das mit dem Wiederauferstehungsding da, also mit dem Schiff, sagt nicht sogar Ellen in der Folge, irgendwann einmal haben sie dann aufgehört, sich fortzupflanzen, deswegen wegen der Wiederauferstehungstechnologie. Nein, andersrum. Dann habe ich das, okay, weil so habe ich mir nämlich dann gedacht in der Folge, dass sie das einfach alles vergessen haben. Also ja, beziehungsweise ja doch, ist schon richtig. Weil, aber das ist viel später. Wir sind jetzt noch viel früher. Also, die haben jetzt gerade die Wiederauferstehungstechnologie wiederentdeckt und haben so ein Wiederauferstehungsschiff gebaut. Gerade bevor dieser Krieg losging. Praktisch, weil dann sind die zwar alle gestorben, aber nicht wirklich. Also nicht alle, sondern nur diese fünf. Ja. Also mit Krieg meinst du, mit dem die Erde zerstört wurde? Mit dem die Erde zerstört wurde, genau. Es gab halt einen Krieg da innerhalb der Zylonen, die haben sich irgendwie tut, tut, tut. Genau, und die haben sich hochgeladen, haben sie gesagt dann. Auf dieses Schiff. Ja, wenn du das so, sie sind halt gestorben und dann auf diesem Wiederauferstehungsschiff wiederauferstanden. Und haben sich dann ja, haben sich auf den Weg gemacht zu den, zu den zwölf Kolonien. Und haben dann die acht Zylonen-Modelle gebaut. Nein. Doch. Ja, aber noch nicht. Noch nicht. Nein. Erst, dann sind sie irgendwann angekommen bei den zwölf Kolonien. Serturios. Und wegen so Zeitverschiebungs-Shit durch Reisegeschwindigkeiten und so ist ganz viel Zeit vergangen. Relativität. Stimmt. Genau. Sie hat sehr schnell gereist und deswegen vergeht die Zeit bei denen. Weil sie kein FDL haben. Genau, genau. Sie hatten quasi sowas wie Lichtgeschwindigkeitsreisen. Und da haben sie gesehen, oh scheiße, wir sind zu spät. Die Menschen und die Zylonen, da ist ja schon wieder Krieg. Hm, Enttäuschung. Dann haben sie mit den Centurios Kontakt aufgenommen, die schon dabei waren, so Skinjobs zu entwickeln, aber noch nicht richtig fertig. Und haben gesagt, wenn ihr diesen Krieg jetzt abbrecht und die Menschen nicht alle umbringt, dann helfen wir euch hier mit diesen Skinjobs. Und dann haben sie eben diese verschiedenen Modelle entwickelt. Und deshalb sind die Zylonen ja einfach irgendwann verschwunden. Aber dann sind sie irgendwie lobotomiert worden, die fünf? Ja, das erfahren wir im Ellenhandlungsstrang. Ja, okay, gut. Dann erstmal soweit. Okay, verstanden. Und wann haben sie jetzt die acht Modelle entwickelt? Das erfahren wir nämlich. Ja, das haben sie bei den Centurios gemacht. Das haben sie den Centurios als Belohnung dafür gegeben, den Krieg mit den Menschen abzubrechen. Genau, deswegen sind die Centurios auch alle abgehauen damals. Weil die Final Five, die sind ja auf ihrem, es wäre cool, wenn wir alle in Frieden zusammenleben können, Trip. Ja, okay. Und das alles war ja... Und er sagt eben, Entschuldigung, also Ender sagt eben, dass sie acht Modelle gemacht haben. Wir kennen aber nur sieben. Wobei wir wissen, dass eins davon Nummer acht ist. Ja, aber eine Nummer ist die Nummer sieben nicht. Ja, trotzdem fand ich es halt ein bisschen komisch, wie dann, ich glaube, Starbucks da sagt, wir kennen ja nur sieben. Aber trotzdem wissen sie ja, dass Boomer eine Eight ist. Ja, aber sie kennen trotzdem nur sieben. Du musst nicht die Anzahl mit der Nummer an sich verwechseln. Trotzdem hätte ihnen das ja vorher schon mal auffallen können. Die Erkenntnis war jetzt ein bisschen überraschend. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das war etwas schwach. Das Ganze da ist ja circa 20 Jahre vor Serienbeginn. Hat das ja stattgefunden, oder? Ja, halt, bevor die Zylonen halt verschwunden sind. Wenn du das sagst. Ich glaube, es müssen 20 Jahre gewesen sein. Das stand ja bestimmt in dem neuen Serienvorspann. Stand das bestimmt drin. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber theoretisch könnten wir jetzt im Pilotfilm ja auch nachschauen. Vier Jahre vergangen sie zwischen Zylonenkrieg und Pilotfilmbeginn. Aber ich glaube, es sind 20 Jahre. Sehr wenig. Ben könnte das bestimmt sagen, ja. Und das mit Kobold und so in dem 13. Stand, das war ja schon vor Tausenden von Jahren. Ja. Ja, das war vor dreitausend Jahren. Dreitausend. Dreitausend sogar. Und so lange haben sie dann etwa auch gebraucht, wegen dieser Zeitdilatation, bis sie wieder an der Erde waren. Mhm. Okay. Dann soweit aufgeräumt. Und den Rest erfahren wir nachher. Alles unklar? Alle Klarheiten beseitigt? Ja, ich fand das halt schwierig zu verstehen, weil ja auch Enders die ganze Zeit noch irgendwelche... Der war so ein bisschen hybridmäßig, gell? Ja, genau. Habe ich auch gedacht, jetzt zum Hybrid. Also sowohl von seinen Worten als auch von der Optik her, finde ich. Ja, die Hybriden haben ja auch einen Schlauch im Kopf stecken. Ja, genau. Und er hat halt auch immer irgendwelche Wörter noch zwischendurch gefaselt, die man wegfiltern musste, ja. Also es war natürlich tragisch, aber auch ein bisschen lustig. Ja, weil da sagt ja auch noch dann dieser Doktor später, warum das so ist. Das ist so ein bekanntes Phänomen bei Leuten mit Gehirnverletzung. Ja, wobei, also ich kann es ja überhaupt nicht einschätzen, ob das so ist oder nicht. Aber gerade so im Filmbereich bist du da, glaube ich, relativ frei, einfach Dinge zu behaupten, die passieren, wenn am Gehirn rumgeschnitten werden. Ja, ja, nur das wird halt... Wer von uns weiß das schon, wenn er nicht gerade selber Neurochirurg ist? Ja. Aber wer ist denn dieser Neurochirurg? Ah, ja, stimmt. Danke für die Erinnerung. Es gibt diesen jungen Kollegen da von Kottel. Kottel. Der... Gehirnspezialist. Der, ich habe keine Ahnung, wie der Rollenname ist, aber dieser junge, sehr, sehr confused, wissenschaftlermäßig dargestellte Arzt, der wird gespielt von John Hodgman. Und John Hodgman kenne ich. Doktor? Doktor Girard. Doktor Girard. Ja. Den kenne ich noch aus Daily-Show-Zeiten, als sie noch von John Stewart moderiert wurde. Kam der da regelmäßig vor. Immer wenn es um Absurditäten im Zusammenhang mit zu reichen Leuten ging. Mhm. Hm. Hm. Ja, aber anscheinend kennt denn hier sonst keiner. Nee. Nee, ich habe aber auch die Daily-Show mit John Stewart nicht wirklich gesehen. Aber der spricht auch als... Also anscheinend spricht er einfach immer so, weil so wie er hier als Arzt gesprochen hat, redet er auch sonst. Also ich glaube, er ist kein besonders guter Schauspieler. Er ist ein Autor, Schauspieler und Humorist. Ich glaube, er ist kein besonders guter Schauspieler. Lustig war er auch nicht mit seinen ganzen Scherzen. Doch, lustig war er. Ich glaube, das war schon so... Also lustig fand ich ihn schon, ja. Also ich fand ihn nicht lustig, ich fand ihn nervig, aber das sollte er, glaube ich, auch sein. Ja, achso, ich meinte jetzt auch außerhalb von Battlestar Galactica. Achso, achso. Lustig. Ich glaube, wenn man Amerikaner ist, dann kannte man den vielleicht und deswegen hat man sich gefreut. Oder wenn man Phil... Das ist ein netter Gag, ja. Hast du mich gerade Amerikaner genannt? Oder wenn man Phil... Okay, das ist John Hodgeman. Ich fand den halt so überhaupt null empathisch. Das war halt... Ja. Vollidiot. Aber ich weiß ja nicht, mit wie vielen Ärzten du schon zu tun hattest, aber das gibt's. Ja, ich kenne Dr. House ansonsten. Ja, okay. Ich hatte mit vielen Ärzten zu tun und das war ein bisschen fragwürdig. Ja, natürlich, aber es gibt Ärzte, die haben keine Ahnung, wie sie mit Nichtmedizinern reden sollen. Okay, aber nachher die Schwester sagt auch noch sowas total Dummes. Das darf ich mir auch sagen, das hätte nie im Leben irgendeine Schwester gesagt. Was reden Sie denn mit ihm? Der ist doch eine Kartoffel. Ach so, genau, genau. Der hat doch eh nix. Ja, gut. Behalts einfach für dich. Genau. Meine Güte. Das war auch absolut nur für den Zuschauer, habe ich mir da gedacht. Also die Hand brauchen Sie nicht halten. Der hat da kein Gefühl mehr drin. Das Bein brauchen Sie nicht tätschen, der Typ ist querschnittlich leer. Genau, das war's. Denn die holen dann die Kugel raus. Ja, und er wehrt sich ja die ganze Zeit gegen die Operation, die ihm so das Leben retten soll, weil er Angst hat, dass seine Erinnerungen dann wieder weg sind. Und da hat auch dieser Spezialist ganz unempathisch gesagt, ja, das kann natürlich passen. Und Kottl guckt ihn noch so an, so, mhm, Abbruch, Abbruch. Und Anders will Cameron dann ja bitten, nicht zuzusagen der Operation, weil als Ehefrau kann sie aufgrund seines Zustandes natürlich entscheiden, ob er operiert werden soll oder nicht. Und sie entscheidet sich nach einigen hin und her dann doch dafür, dass er operiert wird. Ja. Findet er nicht so geil. Seit jetzt die Narkose zuschlägt. Go. Und dann hinterher kommen sie ja raus. Das sieht erstmal gut aus, denn sie haben die Kugel entfernt. Und offensichtlich hat er eine Kugel im Hirn, wo hinten noch die Hülse dran war. Oder warum war die so lang? Normalerweise sind die Kugeln doch nur vorne das kleine Stück, oder? Ja, keine Ahnung. In der Zukunft ist alles größer. Die haben die Hülsen mitgenommen. Er gibt sie dann zumindest Starbuck in die Hand. Und dann sagt er noch, er ist nicht bei Bewusstsein. Das ist ein bisschen komisch, aber das kann auch was Gutes sein. Was sich dann aber halt nicht so gut ist. Es gibt ja null Hirnaktivität. Das kommt ja dann erst raus. Durch die Schwester. Ach so, ja. Ja, das unterstreichen sie ja noch durch dieses, was auch immer das ist. Durch diese Linie auf diesem Monitor. Der Monitor und der horizontalen Linie. Egal, ob das jetzt Herz oder Hirn ist, aber flach ist schlecht. Wir wissen alle horizontale, flache Linien im Krankenhaus sind scheiße. Ja, beim Dachs auch. Das ist immer schlecht. Dort muss steil nach oben gehen. Die Schwester war auch deppert. Er versteht sie ähnlich. Hören Sie auf bitte damit. Bitte hören Sie auf. Ich sehe keine Hirnaktivität. Was wollen Sie noch? Das ist so dumm. Ja, damit wäre das auch erledigt, oder? Ich glaube schon. Habe ich schon gesagt, dass der Chief zusammen war mit der... Ja, habe ich gesagt, aber hat niemand drauf gehört. Sorry. Okay. Ich finde es auch geil, wie er lacht in der Szene. Ja. Ja, dann zurück zu dem Basis-Stern. Nee, wir sind jetzt in der... Zurück in die Vergangenheit. Genau, wir sind nämlich jetzt im Flashback und dort, wo die Nicht-Rebellen zu lohnen sind. Das ist, glaube ich, die Kolonie, oder? Oder sind die nicht in der Kolonie? Ja, halt auf dem Basis-Stern irgendwo. Um Neukaprika, warum muss das sein? Genau, genau. Weil sie stirbt ja, sie wird ja vergiftet und dann wacht sie ja in der Badewanne wieder auf. Ach, die reden nur über die Kolonie? Zum ersten Mal in der Serie, wie ich gelesen habe. Ja. Die Kolonie ist das, was nicht zerstört wurde, als das Auferstehungsschiff zerstört wurde. Aha. Ein anderes Schiff. Ich weiß nicht, ob die Kolonie ein Schiff ist oder ob das halt so ein Ort ist, wo sich die sammeln. Ein Planet. Oder ein Ort, wo sich viele Basis-Sterne sammeln, wo vielleicht noch eine Basis-Sterne-Werft ist oder so. Keine Ahnung. Gut, das ist mir alles zu unpräzise, um länger darüber zu reden. Die Kolonie halt. Ja, also sie wacht ja wieder auf, auf diesem Wiederauferstehungsschiff eben, nachdem Saul sie vergiftet hat. Und das scheint so ein bisschen zu dauern, bis sie, bis sie von, von Ellen zu, 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 zu Lonen-Übermutter wird. Ja, aber so nach, nach ein, zwei Minuten wird, in denen sie irgendwie panisch durch die Gegend schreit, macht plötzlich so, ah, 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 ah ja, okay. Ja, es war auch gar nicht, wie sich da die Haare so nach hinten schreit. Ja, jetzt habe ich alles im Griff. Zenturio, bitte hilf mir aus der Wanne. Das war echt geil. So wie Data dann plötzlich so den Kopf zur Seite legt, wenn irgendwas in ihm umgeschaltet wird. So war das. Ja, der hat wahrscheinlich, der sieht das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, also, oh Gott, jedes Mal wieder dieses Geschreie. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn, wenn, ähm, du noch Träume hast, so, oh scheiße, ich habe morgen eine Klausur und habe vergessen zu lernen. Und dann wachst du auf und merkst, oh Gott, das ist schon seit zehn Jahren vorbei. Aber du bist halt auch noch am Anfang so ein bisschen gestresst. Und dann dachte du, oh Gott, es ist alles vorbei. Aber das habe ich tatsächlich manchmal, dass ich träume, ihr offensichtlich auch, dass ich träume, dass ich nicht versetzt werde, weil ich Sport zu oft gefehlt habe oder so. Warum ausgerechnet Sport? Na, weil ich da irgendwann in der Oberstufe einfach nicht mehr hingegangen bin. Ich bin wenigerweise nachdem du 18 Jahre alt warst. Ja, und meine Entschuldigungen selbst unterschreiben konnte. Tim hat seine Tage. Tims Appa. Er kann nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Ja, es war immer schön, wenn man dann mit einem süffisanten Lächeln zum Lehrer gegangen ist und seine Entschuldigung übergeben hat. Entschuldigung, kann nicht. Ja, bin krank. Also noch ätzender finde ich nur, wenn man träumt, dass der Wecker klingelt, man wacht auf, merkt, ach nee, der Wecker hat ja gar nicht geklingelt. Und es ist Samstag, ich kann ausschlafen. Ah. Und dann wacht man auf und muss zur Arbeit. Das ist so ein Doppelbrauch richtig scheiße. Das ist aber brutal. Das ist eher Fear-Inception-Level. Genau, wie in Filmen manchmal, wenn das so Horrorfilme, wo es dann nochmal, wo er dann nochmal aufwacht. Okay. Ich dachte jetzt, du meinst, der Wecker klingelt, man wacht auf und dann wacht man wirklich auf, der Wecker hat aber nicht geklingelt. Und du siehst, ich habe nur noch irgendwie 15 Minuten, bis der Wecker klingelt. Oder schon verklafen. Ja, das ist okay, dann stehe ich halt einfach auf, das ist mir egal. Also wenn das sich in dem Zeitbereich bewegt, das stört mich nicht. Da ist für mich der ganze Tag im Eimer. Wegen 15 Minuten. Wegen 15 Minuten. Das interessiert mich nicht. Ja, Alan interessiert das auch nicht. Ich fand das sehr schön in dem Moment, weil die Zenturios haben ja diese abnormen spitzen Finger. Und wie, dass man sieht, sie können auch anders, wie Katzen ihre Krallen einfahren, dass er dann eben so normale Finger hat, wenn er Alan aus der Wanne hilft. Ja, offensichtlich dauert das ja dann so ein bisschen, bis sie die richtige Datei... Bis die Informationen alle wieder hochgeladen sind. Genau. Denn sie weiß ja jetzt mehr als vorher. Und weiß jetzt irgendwie so ungefähr das, was Anders wahrscheinlich auch weiß. Aber das wusste sie alles als Mensch, Alan, nicht mehr, ne? Sondern weil sie lobotomisiert wurde. Genau. Wahrscheinlich so wie Anders. Das hat er jetzt dann in einem Gespräch mit Cavill erklärt. Beziehungsweise mit John. Also das wird schon noch irgendwo da sein, aber bei Anders ist das ja jetzt auch nur durch die Verletzung hervor. Ja, der Zugang ist halt einfach blockiert. Ja. Zu diesem Wissen, ja. Genau, und jetzt erzählt mal, wie war das denn mit diesem lobotomisiert? Das erzählt jetzt nämlich... John. John, der auch als Cavill bekannt ist. Und das lernen wir nach dem Vorbild von Alans Vater erschaffen wurde. Oh, das, also, das, also, Leute mit Daddy-Issues, die sich Sohn zu lohnen, also das... Vor allem, sie nennt ihn ja Kind, Jungen, also quasi ihren Sohn, schafft ihn aber nach dem Abbild ihres Vaters und nennt ihn auch nach dem Namen ihres Vater. Und das sagt so viel und erklärt so viel darüber, warum die beide völlig kaputte Charaktere sind. Ja. Alle beide. Aber wieso denn Daddy-Issues? Das kommt doch gar nicht zu... Also, wenn der nach ihrem Vater gebaut ist, dann muss der Vater, also hast du dir, Cavill, mal so zwei Minuten irgendwie, der, also, weißt du das? Das Aussehen ist doch... Ja, aber warum denn Daddy-Issues? Ach, so ein Unsinn. Also, ich würde schon sagen, allein, dass das so gemacht wird, dann hat Alan schon ein bisschen Daddy-Issues. Ja. Verstehe ich nicht. Was denn, wenn die sich einen massenmordenden, irren Kontrollfreak, und zufällig, der ist nach ihrem Vater gebaut, dann glaube ich schon, dass das was aussagt. Vielleicht war das ja gar nicht zufällig. Allein, dass sie es macht. Alter. Aber vielleicht war ihr Vater in der berühmten Wissenschaftler damals auf der Erde und ein toller Mann und deswegen wollte sie es machen. Oder vielleicht war es auch so, ich stelle meine Theorie einfach mal nebendran. Ja. Einfach mal so für die Zuhörer, die sollen sich entscheiden. Ich möchte einfach sagen, ich finde es auch weird. Also, ich fand Dean Stockwell grandios in dieser Szene. Ich fand Alan unerwartet gut, muss ich sagen. Ja, nämlich komplett anders, als sie als Frau von Tai rüberkam. Ja, wenn die mal Gelegenheit bekommt, da ein bisschen was anderes zu machen, als nur so die bitchy Ehefrau. Dann sieht man mal, dass die, also, dass das eine, das ist ja eine richtige, die kann das richtig, Schauspielern. Vielleicht hat die das gelernt, ich gucke gerade mal. Festhalten zu deiner nebenangestellten Theorie, dass, also, wenn ich es mir eben vorstelle, ich würde einen, einen Roboter nach meinem Vater bauen, wäre, fände ich auch komisch. Oder beziehungsweise bei mir mit meiner, nach meiner Mutter. Ja, natürlich, das fände ich auch komisch, aber wenn gerade der, dann wirklich, der, derjenige von deinen ganzen Kindern ist, bei dem so, alles bis zum Anschlag, alles bis auf Eleven aufgedreht ist. Genau, genau, ich unterstütze dich in deiner nebenangestellten Theorie. Ja, dankeschön. Aber, eins habt ihr jetzt aber nicht bedacht, er war ja nicht immer so gestört, sondern er wurde erst so gestört. Das hat erst dazu geführt. Er hat, ja, natürlich. Das widerspricht ihm, aber er sagt ja, er wurde so geschaffen. Und, ähm, wenn, wenn er so geschaffen ist, dann ist es ja Allens Schuld. Du kannst deinen Charakter nicht schaffen. Du kannst deinen Charakter schaffen, der entwickelt sich doch erst. Mario, er sagt das so, er sagt das so genau wortwörtlich. Er sagt, wenn er so ist, wie er ist, dann ist Alanis Schuld. Natürlich sagt er das, aber trotzdem ist es unlogisch, dass der Charakter schon erschaffen wird. Das hat man ihm ja nicht einprogrammiert. Warum sind nicht alle aus der sechsten Reihe gleich? Warum sind nicht alle gleich aus einer Modellreihe? Das gibt ja keinen Sinn. Gut, ja, weil die können sich natürlich unterschiedlich entwickeln. Ja doch, es war doch über ganz, ganz lange Zeit, war das so. Ah, der Phil hat es gerade gesagt. Können sich ja unterschiedlich entwickeln. Ja, Moment, aber, ja, stopp, 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 du bist aber an der Zeitlinie am falschen Punkt. Über ganz viele Jahrzehnte war das so, dass alle, alle eines Modelltyps waren sich, was alles angeht, bei immer einer Meinung. Deshalb hast du für Abstimmungen ja immer nur, immer nur einen von jener Nummer gebraucht. Also, das war nicht so, dass da jeder Cavill war, irgendwie anders als der andere Cavill. Die haben natürlich immer ein bisschen andere Erfahrungen gemacht, je nachdem, wer wann wie gestorben ist und was er lebt hat. Aber im Großen und Ganzen waren das alles massenmordende Psychopathen. Also, alle, aber es gab nur einen John. Nein, das erste Mal, nee, es gibt mehrere Johns, aber das erste Mal, wo es, warte, warte mal, Mario, das erste Mal, wo es halt nicht so passiert ist, wie Phil es beschrieben hat, ist als die Boomer, die eine Nummer 8, sich gegen ihre Baureihe entschieden hat. Ja, und das war ja gerade eben erst. Ja, das ist was Außergewöhnliche. Aber vorher war es ja genauso, wie Phil gesagt hat, alle waren komplett gleich. Naja, die eine war auch schon davor ganz anders. Die war ja auch total anders. Ich meine, die entwickeln sich ja. Die sind ja nicht von Grund auf schon so gewesen. Weil je mehr sie sehen und erleben und durchmachen, da entwickeln sie sich ja. Da hast du recht. Und schon hat sich ja, und das sagt sie ja, er war ja krankhaft eifersüchtig, hat sich ja dazu entschlossen. Von Anfang an. Hm, komisch. Was sagt das wohl? Naja, aber trotzdem hat er sich ja irgendwie aneignen müssen. Wieso denn? Du bist nicht so, wie du jetzt bist. So, wie du gerade bist, das hast du dir alles angeeignet in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, aber er ist ja auch ein Mensch. Zum einen habe ich mir nicht alles angeeignet. Danke, das wollte ich gerade sagen. Ich bin auch kein, ich bin auch kein hochentwickelter Roboter, dem irgendwelche Charaktermerkmale einprogrammiert wurden. Obwohl du manchmal so rüberkommst. Das wollte ich gerade sagen. Vielen Dank. So, auf was habt ihr euch jetzt geeinigt? Native versus Nurture. Mehrere Meldungen. Und das ist natürlich, dass sie ursprünglich alle gleichgeschaltet programmiert waren, aber es eben Auffälligkeiten gibt, die einer Evolution des Charakters, einer Entwicklung des Charakters ähneln. Zum Beispiel eben Boomer. Die ja auch die, glaube ich, fast die einzige unwissende Schläferin, Schläferin, nee, also von den, von den nicht feinen Five-Modellen abgesehen war. Weil die hat ja wirklich irgendwann gemerkt, hä? Ich bin eine Zylonin und dann hat sie auf den alten Mann geschossen. Ganz kurzer Einwurf noch. Kate Vernon, die Ellen spielt, habe ich gerade nochmal geguckt. Die hat eine Filmografie seit 1983. Meine Güte. Da scrollt man aber ein ganz schönes Stück, bis man da durch ist. Also die ist durchaus dick im Business. Und die ist schon 58. Ja, aber, also, das war mal eine Folge für sie. Ja. Die sieht viel jünger aus, als sie ist. Okay, 58 ist sie natürlich jetzt, dann war sie dann 48. In Wikipedia steht ja nicht die Zeit von Battlestar Galactica, die aktuelle Zeit. Ich finde, die schaut in Battlestar manchmal uralt aus. Also, das Schminkteam hat nicht gute Arbeit geleistet. Echt. Ich finde, die sieht 100 Jahre jünger aus als Thay. Ja, ähm, es gab, es gab da, also in dieser Unterhaltung, haben wir die wichtigen Sachen schon, schon jetzt eigentlich erzählt. Hm. Also, Cavill hat, Cavill wurde, wurde irgendwann, es gibt diesen einen schönen Moment, wo, wo er so, wo man sieht so, wie frustriert er ist, weil er sagt so, ich könnte so, ich könnte so ein überlegenes Wesen sein und ich bin limitiert durch diesen widerlichen Körper und durch diese Augen und diese, oh, das ist alles so, bäh. Diese Gelee-Kugeln. Ob ich schon mal eine Supernova gesehen hätte. Ja, was soll denn der ganze Schein? Das war doch eine geile Szene. Er hat schon mal eine gesehen, aber eben nur im visuell sichtbaren Licht, so eine Scheiße. Ja, warum gebt ihr uns diesen, wäh, das fand ich, das fand ich eine unglaublich tolle Szene. Ja, ich fand ja auch. Wo er so dachte, ich möchte Röntgenstrahlung hören, wo ich, ah, weiß ich nicht, ob du das möchtest, das ist bestimmt ein fieses Fiepsen. Es kommt ja drauf an, wie man das baut. Aber das hat mich erinnert an diese Szene aus Blade Runner, wo der, wo der auch erzählt, was, was er alles schon gesehen hat. Der ist nur ein bisschen entspannter, als er das erzählt. Der ist ein bisschen entspannter, ja, ruht ein bisschen mehr in sich selbst. Genau. Und die Intention der einen Blade Runner in dem Gespräch ist ja auch eine andere, aber ich, aber ich fand das, ähm, ja, ich fand das gut. Mhm, fand ich auch. Und das erklärt, und das, das erklärt so viel und es passt so gut, ähm, weil, weil es so schön darstellt, dass der, dass der ganz tief drin, dass der so, warum, warum der so wütend ist die ganze Zeit und warum, warum er immer alle um sich rum, alle um sich rum bestraft, weil er so bis ins Mark einfach unzufrieden ist mit sich selbst und es nicht akzeptieren kann, was er ist. Ja, und bringt dann ja auch Boomer mit, ähm, um ihr mal vorzuführen, wie eigentlich deren Erschafferin ist, ne, so, dass, dass sie Boomer ja auch als so eine Person mit emotionalen Konflikten geschaffen hätte. Und dann kann sie sich auch gerne bei Ellen bedanken und, ähm, Ellen, dann, dann lässt er sie halt allein, ja, weil, und, und Boomer fragt dann, äh, ob es ihr leid tut, was sie da gemacht hat mit den humanoiden Psylonen. Ja, tut's aber Ellen nicht, weil die hat halt, ja, sie hat sie geschaffen, nach ihrem besten Willen und Vermögen. Ja, und vor allem ja immer mit dem Ziel, dass ja auch die Antwort, die sie Cavill gibt, so, kennen wir ja auch schon aus Star Trek, was Data immer versucht, so menschlich wie möglich zu werden. Ja, also mit allen, mit allen Stärken und Sprechen. Vor- und Nachteilen, ja. Perfectly imperfect. Ja, Cavill will aber lieber so ein Centurio sein. Ja, na ja. Also, also nicht vom Charakter, aber von der Hautfarbe eher. Er sagt ja auch irgendwann noch, ähm, dass er Gerechtigkeit will, weil seine Psylonenrasse wurde ja als Sklaven erschaffen und das kann er den Menschen nicht verzeihen. Ist ja jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also das ist schon ein Thema, das ist schon, ja, aber es ist schon ein Thema, über das man reden kann, so. Menschen findet ihr das wirklich cool, dass ihr euch, ähm, immer wieder diese, immer wieder so eine Sklavenrasse erschafft, die, die ein eigenes Bewusstsein hat und die, die ihr trotzdem als, ja, halt als, als Staubsauger benutzt. Hm, genau das gleiche wird ja auch bei Star Trek immer wieder diskutiert. Oder bei iRobot. Ja, natürlich in, in hunderttausend Science-Fiction-Geschichten, aber es ist ja auch eine, es ist ja auch eine, eine, eine interessante Frage. Und was war jetzt nochmal der Grund, warum sich die letzten fünf nicht mehr an ihre Psylonen-Ichs erinnern, weil Cavill die lobotomisiert hat? Weil er dafür gesorgt hat, ja, der hat ja geübt an der, an der Nummer sieben schon, wie man, wie man so Psylonen umbringt. Der, der, der verlorene Psylon, den sie, das Modell. Der verlorene Psylon, genau. Irgendwie ganz, ganz lieb und unschuldig und eine reine Künstlersseele war. Deshalb verstehe ich sofort, warum es den erwischt hat. Bei Daniel denke ich dann immer an den Physiker von Lost. Was war der beschrieben? An Daniel Jackson, muss ich denken. An Daniel Jackson, genau. Von Stargate. Von Stargate. Ja, und dann, dann hat er die ja eben, hat praktisch deren Zugang geblockt zu ihrem ganzen Wissen und hat sie dann so an der Stelle irgendwie umgebracht, dass sie dann wiedergeboren wurden und unter den Menschen und dann nicht wussten, was und sich dann halt einfach für Menschen gehalten haben. So habe ich das verstanden. So ist er sie losgeworden und hat praktisch die. Und er wollte ihnen einen Logenplatz am Holocaust geben. Ja, beziehungsweise er wollte, er wollte sie ja, er wollte sie möglichst lange noch leiden lassen. Also, weil ich glaube, der Plan war schon, die irgendwann wieder einzusammeln und dann alle unter großem Tammt haben um die Ecke zu bringen. Das heißt, er hat die ganze Zeit gewusst, wer die letzten fünf sind. Ja. Ja, ja. Deswegen wurde das der ganze Zeit verhindern, eine ganze Staffel lang oder zwei sogar. Genau, der hat ja immer daran gearbeitet, dass Xena das nicht verkündet. Ja, deswegen wurde sie ja genauso wie die anderen geboxt. Also, die fünf wurden ja quasi auch geboxt. Mhm. Nur, also, aber sie wurden von ihm wieder freigelassen und in die Menschheit entlassen, einfach nur, weil er Spaß dran hatte? Ja, weil sie, weil sie leiden sollten, weil sie einfach möglichst viel, möglichst viel Leid erfahren sollen, weil sie mal sehen sollen, ihr wollt Menschen sein? Okay, dann seid ihr zwei Menschen und dann bringe ich all eure Freundinnen und Familie, bring sie alle um und lasse euch zugucken. Okay, das Leid ist, also das Leid dann wirklich ist, was er als Leid empfindet, nämlich in diesem menschlichen Körper zu leben. Okay, das heißt, diese Folge verrät dann auch somit krass viel über die gesamte Hintergrund. Den Plan. Genau. Und sie hatten einen Plan, das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, es ist ein verrückter Typ. Ähnlich wie bei Lost. Richtig, es gibt jetzt aber noch einen Film über den Plan, The Plan und jetzt habe ich auch verstanden, warum viele sagen, den sollte man jetzt oder könnte man jetzt nach dieser Folge gucken, denn eigentlich gedreht wurde der nach oder ausgestallt wurde der nach Ende der Serie, aber könnte man jetzt durchaus machen und vielleicht machen wir das ja noch und trailen den dann auch nach dieser Folge aus. Mal gucken, ob das klappt. Aber nur, wenn wir beschlussfähig sind. Nur, wenn wir beschlussfähig sind. Ja. Ja. Ja, Bewertung. Wir brauchen noch irgendwelche Zölonen-Enthüllungen. Bewertung. Wir haben das Wichtige gesagt, oder? Nee, gibt's noch was? Ja, natürlich gibt's noch was. Ja, kommen dann noch ein paar Sachen. Ja, dann. Aber die Zölonen-Geschichte haben wir jetzt, glaube ich, gut, gut, leicht nicht kompakt. Ach so, stimmt. Ja, nee, nee, es kommt ja noch das zum Beispiel mit der Kolonie, weil der Judge, die haben ja das Auferstehungszentrum, ne? Wir springen ja von der Vergangenheit mit Ellen immer wir bis zur Gegenwart. Und als das Auferstehungszentrum zerstört wurde, will Cavill ja diese Technologie, die Ellen damals benutzt hat, für den Auferstehungsprozess haben. Und sie sagt, nö. Und dann will er ja ihr Hirn aufschneiden und sich an ihrem Gehirn laben, um eben zu wissen, was sie weiß. Sich an ihrem Gehirn laben. Ja, so ein bisschen lektermäßig. Wahrscheinlich ein bisschen futuristischer. Ich will die Information da rausholen, denn wenn man das Gehirn aufklappt, dann ist das alles nur Strom. Genau, es steht alles quasi auf der Rinde. Und Boomer soll sie dann eben zum OP-Saal bringen, aber Boomer bringt sie stattdessen zum Raptor und flieht mit Ellen vom Basisstern. Und dann kam eben etwas, was ich nicht kapiert habe. Wenn die diese gemeinen Zylonen ja immer noch die Flotte verfolgen, woher weiß dann Boomer mit dem Raptor, wo die Flotte momentan ist? Ich muss gerade was aus der Küche holen. Ich glaube, ich habe den Ofen angelassen. Gute Frage. Besprechen wir in der nächsten Folge. Ja, das kann sie eigentlich nicht wissen, gell? Theoretisch nicht. Also sie haben es doch die ganze Zeit verfolgt. Und sie wollen nur gucken, wie die Menschen sich gegenseitig vernichten. Naja, er ist doch ziemlich hasserfühlt. Ich glaube sehr wohl, dass er rachen möchte, weil schließlich kann er nicht mehr sterben. Ja klar, das will er doch nach wie vor. Er kann doch jetzt sterben. Das Auferstehungszentrum ist ja am Arsch. Nein, ich meine, er will nicht sterben. Ja, er will nicht sterben, das stimmt. Ja, das meine ich. Und ich glaube schon, dass er sie die ganze Zeit verfolgt. Bin ich mir sogar sicher. Das würde sonst keinen Sinn geben, dass er von einem sagt, ja, man hat uns alles genommen. Okay, machen wir nichts mehr, sterben wir hier irgendwo. Ich glaube schon, dass er wirklich noch drauf und dran ist, was zu machen. Also ergibt schon irgendwie Sinn, dass sie wissen, wo sie sind. Ja, Moment mal. Das sind ja jetzt auch wieder zwei unterschiedliche Zeitlinien. Vielleicht haben die ja jetzt auch echt lang gebraucht, bis sie die gefunden haben. Das kann natürlich sein. Sie sind einfach durchs Universum gesprungen. Nein, weiter. Nein, weiter. Aber ich glaube, sie kommen ja eh erst nächste Woche. Nächste Woche. Genau, sie kommen nächste Woche erst an. Denn das war es diese Woche mit Battlestar Galactica. Genau, und sie sind ja schon irgendwie vor Monaten dann abgehauen, tatsächlich. Gott sei Dank, alles macht wieder Sinn. In ein paar Monaten kannst du es ja durchkämmen. Durchkämmt die Wüste. Sicher? Also ich habe, ja, eigentlich steht vor zwei Tagen. Echt? Scheiße, alles wieder kaputt. Also die Zeit, die wir da sehen, die Ellen auf den Basisstern verbringt, das ist auf jeden Fall lange. Das sind viele Monate. Ach so. Zwischen 18 Monate und dann zwei Tage. Na gut. Dann ist es so. Zwei Tage wüsste ich jetzt nicht mehr, aber. Dann ist es doch schlecht gemacht. Gut, andererseits sind die ja immer vielleicht noch in der Nähe der Erde und dann findet man die vielleicht. Kann sein. Weil man weiß ja, wo die Erde ist. Vielleicht haben wir auch alle was übersehen und jemand, der uns zuhört, kann uns in den Kommentaren belehren. Ja. Eigentlich müsste ja dann, hätte ja dann Kevin auch immer wissen müssen, wo die Erde ist. Also zumindest weiß es dann ja jetzt Ellen. 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 Kommen wir zur Bewertung. Ich fand die Folge gut und gebe. Und mein Hase, der heißt Knut. Also ich fand vor allem die Zölonen Basis Geschichte Schiff hier vor allem gut und sowohl Kevin, Kevin, sowohl Kevin, John Keville als auch Ellen fand ich gut. Wie er sich erst mal, nachdem er da ewig lange am Gehirn rum schnibbelt, noch bevor er den ersten Satz zu Starbuck sagt, wie es ihrem Mann geht, erst mal Kippe in. Ja, genau, stimmt. Hat jetzt zwar nicht mit Kevin und Ellen zu tun, aber. Aber mit Kottel. Mit Kottel, genau. Kottel fand ich eh auch gut. Ich gebe der Folge, hm, acht Punkte, weil sie ist jetzt kein Burner, aber sie ist, glaube ich, unheimlich wichtig, um zu verstehen, was da alles abgeht. Äh, Mario. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht gehört, wie viele Punkte du hergegeben hast. Acht. Acht. Okay. Ich schließe mich dem Team an. Ich gebe nämlich auch acht Punkte. Ich fand die Folge gut. Man hat jetzt wirklich einen großen, großen Hub in einer Folge gleich alles erfahren, worauf man eigentlich schon seit vier Staffeln da fast wartet. Es ist auf jeden Fall auch natürlich auf dem Zylonen-Schiff interessanter gewesen, eh klar. Das, äh, in der Flotte, das war ja klar schon seit der letzten Folge, das hatte der Chief schon entdeckt, dass da ein paar Probleme sind. Ähm, ich fand Ellen ziemlich, ziemlich cool. Und den Cavill. Die haben beide wirklich super gespielt. Und Cavill hat mir sogar ein Ticken besser gefallen. Ähm, ich gebe acht Gelee-Kugeln. Sehr gut. Äh, dann fehlt noch Janu und ich. Ja, genau, bei Phil muss er am Ende. Ähm, gibt die Folge auch acht Punkte? Oder sogar neun? Hm. Ich gehe auf neun Punkte. Und das alleine aus dem Grund, weil jetzt eben alles offen gelegt wurde. Die ganze Hintergrund-Story, wer war überhaupt auf der Erde? Was ist da passiert und woher kommen die Skin-Jobs bei den Zylonen? All das wird in einer Folge und das auch noch ziemlich cool erklärt, ehrlich gesagt. Dadurch, dass, ähm, John Cavill eben dieser ultra-verbitterte, hasserfüllte Typ ist, der das alles seiner Mutter vorhält. Und sie sagt, ach Junge, ist doch nicht so schlimm. Also gefällt mir alles richtig gut. Und was ich ultra mag, ist, dass, ähm, die, die, die Liebe des alten Manns zu seinem Schiff, dass er halt immer sagt, dass das, das alte Mädchen und so weiter. Und am Ende eben sagt, Chief, tun sie, was immer nötig ist, um unser Mädchen zu retten. Irgendwie finde ich das nämlich, keine Ahnung, so cool, weil dieses Schiff einfach der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Serie ist. Neun Punkte. Okay, dann der letzte Phil. Und der erste Phil. Und zwar nicht, nicht nur aus, aus Symmetrie-Gründen, sondern, weil ich die, 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 diese Idee, einfach diesen ganzen Informations-Dump so in einer Folge zu erledigen, finde ich irgendwie gut. Und das nicht so über, über ganz lange Zeit zu verteilen und immer wieder spannend, also, das, das hat natürlich auch was, aber ich dachte mir jetzt hier, so kann man es auch machen. Und das ist total gut. Also, ich, ich mochte sehr, wie, wie das hier einfach, zack, 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 alles raus mit, die, die Variante mit, mit Alan und Cavill hat mir noch deutlich besser gefallen, aber ich fand auch den Teil mit, mit Anders gut. Und der hat mir, der hat mir, der hat mir sogar auch leidgetan, ein bisschen. Ähm, ich fand auch das Zusammenspiel zwischen, zwischen Anders und, und Starbuck gut. Ähm, also, das war mal wieder eine Folge, wo ich, wo ich, wo ich geglaubt habe, dass er ihr was bedeutet, äh, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war. Ja, ja, wenn Krottel vorkommt, ist es immer, ist es immer ein, ein Grund zur Freude. Und auch das, was Jan gerade schon angesprochen hat, ähm, fand ich es schön, wie, ähm, wie mal, mal so ein, zwei Momente drauf verwendet werden, um, um die, die Galaktika selber so ein bisschen zu, zu würdigen. Weil sie ja, wie, wie, wie Jan gesagt hat, eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Serie ist. Also, da fehlte echt wenig, wenig zur perfekten Folge. Und für diese, diese, diesen kompletten Informations-Overflow war das echt, war das auch doch gut unterhaltsam. Alles klar. Habe ich gerade noch zu Dean Stockwell recherchiert, er hat den zweiten Dan in der Kampfkunst, Kampfkunst Modern Arnis und ist Ausbilder in dieser Sportart. Aha. Da muss Alan aufpassen. Letzte Worte. Ah, da muss ich auch noch anfangen, verdammt. Daddy-Issues. Ah nein, das hatten wir, glaube ich, schon mal in Lost. Ähm, ähm, Blade Runner. Aber du siehst schon, Mario, wer, wer hier die Mehrheit hätte, wenn wir abstimmen würden. Was? Wieso? Man könnte jetzt sagen, das ist voll das Klischee. Ich habe ja, ich habe Blade Runner gesagt. Keine Diskussion, letzte Worte. Ich bin dran? Ja. Ähm, Geleekugeln. Die, äh, scheiße. Die alte Dame. Okay. Ich habe mich entschieden für Zylonenschleim. Ah. Okay. Ja, dann, äh. Tu doch ein bisschen Zylonenschleim raus, dann wird das wieder. Aber die Folge war leider wieder viel zu lang. Was haben wir denn da gemacht? Aber gut, es war ja auch viel Inhalt, das muss man sagen. Es war ja auch eine gute Folge und wir haben ein bisschen weit über Inhalt geredet. Wir können auch mal über eine gute Folge langreden und nicht immer nur über schlechte. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, macht's gut. Bitte, ich ab euch wohl. Heute Folge einfach in doppelter Geschwindigkeit. Tim schneidet das bestimmt an den Anfang. Ich hab's jetzt einfach lauter gemacht, weil ich mich nicht aufgehört habe. Das hat man kaum gemerkt. Das war auch gar nicht so wie bei den Oscars, wenn die Leute zusammen reden und plötzlich einfach mitten rein die Musik kamen. Die Musik. Nee, ich hab's versehentlich, es war auch zu leise am Anfang, weil ich das eben als dieser Hintergrundsound kam, hatte ich das immer leiser gemacht. Als dieser Sonnenbrillen Soundtrack kam mit dem Bunge. Das ist deutlich angenehmer. In der ersten Staffel war das immer so laut, dass ich das Headset runtergeben müsste. Max von Sydow ist gestorben. Richtig, hab ich auch gelesen. Da hab ich mich heute gefragt, war der nicht in Episode 7 am Anfang der Typ? Richtig, natürlich. Ja, okay. Der Ray von ihren Eltern und so. Und dann von getötet wurde. Nee, das war der Typ mit der Karten-Ding. Genau, der am Anfang getötet wurde. Aber war das der nicht auch, der in der Rückblende Ray an der Hand hatte, als sie nach oben war der fettarmige Schrotthändler, dieses Alien. Okay, sie sehen sich sehr ähnlich. Von ihrem Arm her. Ist ja auch schon vier Jahre her, seit ich Episode 7 geguckt hab. Und Max von Sydow hat mitgespielt bei Minority Report zum Beispiel. Ja. Ich war sehr überrascht, als ich irgendwann gelernt hab, dass Max von Sydow Schwede ist und kein Deutscher, weil ich mir dachte, mit diesem Namen, wie kann man denn als Schwede sein? Kann man aber. Hier beim Exorzist hat er auch mitgespielt. Ich hab den Exorzisten nie gesehen. Ist das okay? Nö, den kann man schon mal sehen. Ja, kann man bestimmt. Ja, aber es ist okay, wenn man ihn nicht gesehen hat. Das heißt, du nimmst es wirklich als Beleidigung auf, wenn man dir sagt, deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Nein, das verstehe ich. Hat der da eigentlich den Jungen oder den alten Priester gespielt? Keine Ahnung. Den alten? Ist das der, der am Ende aus dem Fenster springt? Das weiß ich nicht. Ja, ich schätze schon, der alte springt aus dem Fenster und der Junge übernimmt ja quasi das Werk. Der geht, klaut dann quasi den Exorzistenkoffer und geht nach Hause. Ja. Ich hab lesen heute im Internet, man hat ein Eltern machen müssen für den Film. Er sah nicht alt genug aus oder so. Ich hab grad gesehen, Jason Miller war... Das Problem hat er in den letzten Jahren. Aber siehst du, das ist ein gutes Beispiel dafür, Jan, warum ich den Film nicht geguckt hab, weil ich hab das Gefühl, ich hab ihn schon gesehen, weil mir seit mein ganzes Leben lang schon ausschnitten um die Ohren fliegen und Leute mir von dem Film erzählen, dass ich so... Es fühlt sich nicht so an, als müsste ich ihn überhaupt doch gucken. Das hieß es wie bei der Pate. Bei Marlon Brando war es doch genauso, oder? Er war auch zu jung für seine Rolle als Pate. Ja, und er musste Wattebäusche in die Backen stecken. Was ich bis heute nicht verstehe, warum das so wichtig war. Warum der nicht einfach... Weil der Typ so ein... Wie nennt sich das Schauspieler ist? Method Actor. Ja, aber wieso? Was? Nein, als Method Actor hätte er sich wirklich als Yakuza irgendwo anheuern lassen. Achso. Aber das erinnert... Deswegen finde ich die Szene in Helden in Strumpfhosen so geil, wo der Typ einfach immer undeutlich verröhnt und dann holt er sich... Und er sieht immer mehr Watte aus dem Mund raus. Ah, siehste. Das wusste ich damals noch nicht, deswegen habe ich das nicht verstanden, als ich das gesehen habe. Aber ich wusste nicht, dass das einen Bezug hat. Das ist der Bezug auf den Pate. Aber ich habe bestimmt, als wir Lost geguckt haben, den Orangenbezug auf den Paten erklärt. Hast du? Das habe ich bestimmt gemacht, ja. Du hast doch gerade dieses Foto nochmal geteilt. Also nicht ganz, sondern so ein anderes von Vlog. Ah, ja. Am Klo. Mit den zwei Murmeln. Genau, aber das war glaube ich... Viel Spaß am Klo. War glaube ich die gleiche Szene. Erst macht er das mit dieser Orange und dann zeigt er die zwei, weil er ja mit dem jungen Beckham ein Spiel mit Walt. So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber ich... Bei den Simpsons kommt das mit der Orange auch vor. Das macht da Fat Tony. Ja gut, das ist dann wirklich ein extrem subtiler Bezug. In der Mafia-Post. Ja. 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 Ja.